jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon purpur regelsatz d das heißt die regeln für die kommende vgc season wurde bekannt gegeben schon vor ein paar tagen bin aber leider erst jetzt dazu gekommen ein video vorzubereiten mit einem entsprechenden team und hier habt ihr die ganze liste von allen pokémon die ab dem 1 juli zugelassen sind sind eine ganze menge unter anderem sowas wie ursa luna da oben da ursa luna kleines foreshadowing aber auch die zapdos arctos lavados zb ein paar legendäre ich will nicht zu viel vorweg nehmen aber sehr sehr geile pokémon sind da mit dabei und auch grund genug für mich da mal wieder reinzuschauen in die season ich werde die season auf jeden fall wieder ein bisschen mehr durchstarten und gucken da ich in der vgc wieder in die meister bei liga kommen und wie gerade schon angedeutet ich habe ein team vorbereitet und da könnt ihr euch auch schon den leihcode holen und eigentlich auch jetzt schon ausprobieren ihr könnt das jetzt schon benutzen in normalen kämpfen noch nicht in der vgc weil wie gesagt die pokémon so noch nicht zugelassen aber ich werde jetzt mit euch zusammen das leiteam einmal veröffentlichen und euch erklären was für ein team es ist nicht öffentlich machen dass nämlich das nicht das richtige da hat nämlich noch ein pokémon gefehlt das habe ich aber jetzt besorgt das hier ist das richtige einmal überprüfen da habt ihr das team das team wird richtig richtig gut der plan wird sein mit chris elia und regi eliki zu lieben chris elia macht den bizarro raum regi eliki geht mit volt wechsel raus ursa luna kommt rein dann nach der nächsten runde ist der bizarro raum draußen ursa luna verterrat auf fassade und one hitted einfach alles weg das ist der plan alles andere ist nur beiwerk aber ursa luna soll richtig richtig ausrasten mit adrenalin heils ob fassade und step ja das wir haben da schon ein paar sachen gesehen das ist richtig kreis jetzt meist öffentlich das team könnt ihr euch jetzt schon mal abholen öffentlich gemacht überprüfen und da habt ihr den leihcode 1pav3g ich werde es auch unten in die video beschreibung einmal rein tippen und ich würde sagen da gehen wir doch jetzt einfach mal in den kampf in einen ganz normalen kampf und schauen mal wie das team so performt so gucken wir mal was zero kann so snee boss auch sehr cool snee boss um felinara aber wir bleiben dabei bei bizarro raum volt wechsel raus yo snee boss er hat nicht so viel mit f volt wechsel und dann raus das ist die taktik mogelheap wäre mir egal wenn er bei snee boss mogelheap hat hauptsache raus äh terrat direkt krass gucken wir mal geht er auf fee ne was macht er hm was macht er auf unlicht ok will er chrysalia one hitten macht ein ruckzuck keep auf sich selber ganz wild was passiert jetzt schwächenschutz schwächenschutz normal ruckzuck keep der ist schneller als rege eleki was passiert hier ist der geschalt wir gehen rein mit ursa luna bizarro raum ist draußen ganz knapp mit 17 kp chrysalia ist ne ist ne ist ne ist ne wall ich sag es euch hat 300 def auf beides und ich hab da nicht weil es viele punkte drin kampf notgewalt kampf äh terra ah der ist auch noch terra boot das muss auch noch geändert werden fassade auf oh ich könnte auch erdbeben machen terra aber ne ich will die fassade zeigen abfahrt normalerweise noch terra normal das wird auch noch geändert also schutzschild und terra normal muss ich noch ändern schmetterrahmen ist nämlich auch nicht richtig auch ohne terra normal egal und motgewalt also ursa luna wenn ihr da die fassade durchbekommt und die bizarro raum damit macht ihr alles weg ihr habt adrenalin den angriffsboost dadurch wird fassade noch erhöht dann habt ihr noch step mit terra normal das ist völlig verrückt was ursa luna an schaden rausballern kann damit werdet ihr richtig fun haben da hab ich richtig bock drauf auch in der vgc das wird richtig witzig den erdbeben werde ich aber auch fühlen meint ihr er macht rundum schutz meint ihr er macht rundum schutz lunar gebet heilt übrigens was ganz geil ist ursa luna ist natürlich doof weil die verbrennung dann weg wäre deswegen mache ich mal einfach einen bodyguard weil ich es kann und ich überlege ob ich erdbeben drücke erdbeben chryssalia hat schwebe das heißt es wird nicht getroffen ich würde mal erdbeben machen tatsächlich falls er rundum schutz macht bin ich sauer aber ne er hat gerade fassade gesehen er wird denken ich mal wieder fassade ich mache erdbeben oder ich mache ja doch ich mache erdbeben ich mache erdbeben komm komm ich mache erdbeben naja es fängt wieder an wenn er jetzt rundum schutz drückt mit kürtel dann hut ab dann gönne ich ihm auch der rundum schutz wäre crazy auf kürtel aber er hat fassade gerade gesehen er wird bestimmt denken dass ich wieder fassade mache oder gucken wir mal erruption ok krass wie viel schaden das macht ok erruption auf kürtel ist auch arsch langsamer als Vieh aber ursa luna ist langsamer als tornukto hoho ihr wisst wie viel dev wie viel dev kürtel hat ne 180 dev hat kürtel glaube ich der hat den geone hitted mit erdbeben hohoho ja das team ist nice ich sage es euch ich hatte übrigens in der bag noch ähm äh eisenhand genommen ja probiert das team auf jeden fall in der vgc aus ich werde auf jeden fall vgc nochmal ein bisschen spielen auch highlights hochladen wenn ihr da nichts verpassen wollt gerne ein follow auf dem kanal da lassen und gerne like auf dem video lassen wie gesagt das team habe ich zusammen gebaut mit dem chat heute im stream da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen ansonsten sage ich bis zum nächsten mal leute haut rein